Sind Sie Jake Sully? Wir möchten mit Ihnen über einen Neuanfang in einer neuen Welt reden. Sie könnten etwas bewirken. Ich bin Marine geworden wegen der Herausforderung. Ich dachte, ich kann jede Prüfung bestehen, die ein Mensch nur bestehen kann. Alles, was ich je wollte, war etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Ladies and Gentlemen, Sie sind nicht mehr in Kansas. Sie sind auf Pandora. Ihr solltet mal eure Gesichter sehen. Die Ureinwohner hier nennen sich Navi. Es ist sehr schwer, sie zu töten. Deshalb sind wir hier, denn diese kleinen grauen Steinchen bringen 20 Millionen pro Kilo. Ihr Dorf befindet sich über dem größten Vorkommen, also müssen sie umgesiedelt werden. Diese Wilden gefährden unsere ganze Operation. Wir stehen am Rande eines Krieges und Sie sollen gefälligst eine diplomatische Lösung finden. Die Grundidee ist, die fernsteuerbaren Körper zu lenken. Diese Avatare. Sie werden aus menschlicher DNS gezüchtet, die mit der DNS der Ureinwohner kombiniert wird. Ein Marine in einem Avatar-Körper ist eine Mischung mit Potenzial. Besorgen Sie mir, was ich will und Sie bekommen Ihre Beine zurück. Ihre richtigen Beine. Alles klar, Sir. Er sieht aus wie Sie. Das ist Ihr Avatar. Entspannen Sie sich und denken Sie an gar nichts. Sollte Ihnen nicht schwerfallen. Jake, es ist ganz einfach. Ich will, dass Sie Sie in- und auswendig kennenlernen. Ich will, dass Sie Ihr Vertrauen gewinnen. Du solltest nicht hier sein. Geh zurück. Das alles ist Deine Schuld. Ich brauche Deine Hilfe. Na super. Sie haben sich doch nie etwa im Wald verirrt, oder? Haben Sie vergessen, für welches Team Sie spielen? Die Starken fallen über die Schwachen her und keiner unternimmt was. Sie haben eine Stunde. Du wusstest, dass das passiert? Alles hat sich geändert. Jake, hier drehen alle durch. Quarage rückt aus. Wir können ihn nicht aufhalten. Wir kämpfen mit Pfeilen und Bogen gegen Kampfhubschrauber. Dann machen wir lieber das Beste draus. Sie haben uns die Botschaft geschickt, dass Sie sich alles nehmen können, was Sie wollen. Aber wir senden Ihnen auch eine Botschaft. Dass das hier unser Land ist. Avatar. Aufbruch nach Pandora. Ab 17. Dezember. Nur im Kino. Bis zum letzten Jahr. Wir lauchten. elektronische knappste. Wir mussten. initierende Kir promotion. Tipps. laughing sch gelernt- Wir müssen uns zuk deadрав לפ株ien. Wie viel geht zur Erde. bis zu dem ofere T jesteśmy. Wir brauchen eine neue washer. Wir müssen versuchen sie escalartigend.